Hier soll eine Flasche sein? Ja, hier. Aber wie komme ich da ran? Ich weiß, dass da eine Flasche ist. Aber wie komme ich da hin? Ah, da ist ein Schlüsselloch. Alles klar. Da ist es. Kriegt Alice jetzt ein bisschen nasse Füße. Und nasse Beine wahrscheinlich auch. So. Dann wieder zurück. Okay. Sehr schön. Äh... Ist immer gut, dass wir nochmal so ein bisschen leben. Äh... die schon wieder. Die Viecher schon wieder. Na kommt. Na kommt, zeig deine hässliche Fratze. Schade um die eventuellen Szene. Kampfmusik läuft immer noch. Das heißt, irgendwo hier sind noch mehr Feinde. Höchstwahrscheinlich. Aha. Ah ja. Deswegen. Das war der Grund. Oh. Da war es sich da oben. Nein. Ätten die gehen wieder runter? Ne. Doch. Natürlich gehen die runter. Natürlich kann man das zerstören. Oh. 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 Das nehmen wir doch gleich mal mit hier. Eine Flasche, eine weitere. Und Zähne. Sehr schön. Wie viel kostete das Waffenupgrade noch? Müsste kurz mal gucken. Ich könnte die T-Kanone verbessern, aber das will ich noch gar nicht. Ich will das Steckenpferd erst mal weiter verbessern. Nein. Erst mal eine Waffe anfertigstellen, bevor man die nächste verbessert. Das klingt so ekelhaft, ne? Boah. Warte mal. Mit beiden Ohren ist es besser. So. Ähm. Ah. Okay. Alles klar. Ah. Gut. Der reagiert auch sofort. Okay. Das ist cool wiederum. Stimmt. Da war ja noch eine Plattform zwischen. Ah ja. Oh. Missau. Gut. Das Leben haben wir wieder gekriegt, das wir gerade verloren haben. So. Aber ich höre... Ich höre hier keine Schnauze, ne? Keine einzige. Das macht mich so ein bisschen fällig irgendwie. Ach, da hoch müssen wir auch noch. Okay. Ah. Ja. Okay. Ich seh nicht, was die Plattform macht. Ist ein bisschen fies. Ich leg mal nen Hut drauf. Ah ja. Ah ja. Entschuldigung, ich war schneller, meine Herren. Was? War da nicht gerade noch ein Gegner? Wo ist er hin? Da ist ein Schlüsselloch. Da gehen wir gleich hin. Beziehungsweise, da gehen wir nicht gleich hin, da gehen wir jetzt hin. Da der andere Gegner anscheinend weg ist. Noch eine Flasche. Keine Zähne. Okay. So. Bevor ich aber hochgehe, möchte ich erstmal noch die andere Seite abchecken. Ja, das war mir klar, dass du mich darauf verweisen willst. Das habe ich mir schon gedacht. Hm, hier gibt es nämlich auch noch einen Zugang. Was ist das denn hier? Hm. Ist aber anscheinend nicht sonderlich hilfreich gerade. Okay. Schade. Ich weiß nicht, wo die Wespe hin ist. Sie war vorhin da. Jetzt ist sie weg. Komisch. Merkwürdig, merkwürdig. Hm. Ah, da müssen wir rein. Okay. Da werde ich auch gleich reingehen. Dass hier keine Schnauze ist. Das macht mich irgendwie total fertig. Hm. Komisch. Hoffen wir mal, dass ich keine verpasse. Aber ich verpasse bestimmt irgendwas. Werden wir sehen. Lass mich davon nicht nervös machen. Gehen wir rein. Wusste nicht. Das war klar. Speichern und es wird geladen. Mhm. Das sieht irgendwie total komisch aus. Ein Gemisch aus Holz und organisch irgendwie. Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen. Aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Er klingt so ein bisschen wie ein Charakter aus Naruto. Aber nur so ein bisschen. Und Kampfmusik. Ein dicker und zwei kleine. Okay. Ja. Trefft euch gegenseitig. Sehr geil. Okay. Ja komm her. Komm her, großer Mann. Ich bin noch zu hören. Das ist gut. Immer wenn er hakt, bin ich mir nicht so sicher, ob man mich noch hören kann. Na? Oh. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Wir sind gerettet. Unsere Wohltäterin. Ihr seid frei, meine Freunde. Ich höre eine Schnauze. Aber von wo? Da oben. Mist, so weit nach oben lenken kann ich nicht. Gehen wir mal da hin. Komme ich trotzdem nicht ran. Jetzt. Hm. Perfekt. Körbchen. Ja, das habe ich ja. Da geht's hoch hinaus. Wie sieht das mit unseren Waffen aus? 8 von 11 Schnauzen, 13 von 19 Erinnerungen. Ja, das sieht einigermaßen gut aus. Ja, wir können es verbessern. Sehr schön. Die letzte Stufe kostet 775. Okay. Danach ist die Teekanne dran. So. Gucken wir uns hier erstmal um. Da geht's zu einer Erinnerung anscheinend. Aber hier ist irgendwie nichts, ne? Nee. Hier ist nichts. Und es wird gespeichert. Ah ja. Natürlich. 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 Und es wird gespeichert. Bist. Festgepackt, mein Freund. Boah, hier sind richtig viele von denen. Alter, wie viele denn noch? Pist. Au, au. Kann es sein, dass diese Mistviecher andauernd neu kommen? Die kommen auch andauernd neu. Ja, die spawnen dauernd nach. Das hat keinen Sinn. Die spawnen dauernd nach. Die spawnen dauernd nach. Ja, die kommen dauernd wieder Wie nervig ist das denn, ey? Die kommen die ganze Zeit neu Ist ja richtig ätzend